Das ist so eine Art Comedy-Spiel, zumindest habe ich das davon gehört, dass es so sein soll. Und ich dachte mir, wenn es so ein bisschen um Spaß geht, dann suche ich mir natürlich noch jemanden, der es mit mir spielt. Deswegen ist der Christoph heute mit dabei. Hallihallo, Hallöchen, hier ist der Gronkh. Nein, ich bin Christoph, hallo, und wir spielen heute, ja, Jazzpunk. Jazzpunk. Wir haben beide noch gar nichts davon gespielt, oder? Nein. Gut. Ich habe auch nicht viel gesehen, nur ein bisschen was vom Anfang, und ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Starten wir mal ein neues Spiel. Schon jetzt ein purer Spaß. Hä? Ich glaube, es ist eine Leiche. Das ist ein geiler Koffer. Interessant. Das ist dein First-Person-Spiel? Ja. Anscheinend waren wir im Koffer drin, den wir gesehen haben. Lawrence & Koch Quantitative Accounting. Kannst du das Paket mitnehmen, was da links lag? Laden Paket? Laden Paket. Leave me alone. I'm just a box, leave me alone. Okay. Machen wir das mal. My Box Column. Carter Fairfax. Import-Export. LTD. Was heißt LTD? Limited. Limited. Das ist eine Geschäftsform, die mit der deutschen GmbH, beziehungsweise der UG zu vergleichen ist. Ich glaube, 15. Wo denn? Ach hier. Press E to sit down. Kannst du wieder aufstehen? Ja. Können wir auch auf der anderen Stühle sitzen? Können wir uns auf der anderen Stühle sitzen? Der Direktor ist bereit für dich. Der Direktor ist bereit. Okay. Geh gleich hin. Äh, per-peruse the articles. Okay. Hm. Like Hat. Inside liegt es back on the... Das wird... Kannst du dich dann bewegen? Wie gut ist die Füße? Kannst du dich jetzt bewegen? Die Füße bleiben und fliegen. Okay. Der Sound immer. Oh mein Gott, ein schwebendes Magazin. Reader's Digitivorgans. Okay. Hm. Soak. Wetware Enthusiast Magazine. Hm? Playbots! Oh mein Gott! Playbots! Da fehlt der FSK 18-Kennzeichnung. Okay, es ist Playbots, ich habe 16. Was ich nicht. Kannst du uns wieder hinsetzen? Ne, jetzt können wir uns nicht mehr hinsetzen. Jetzt können wir uns nicht mehr hinsetzen. Jetzt können wir uns nicht mehr hinsetzen. Bitte, aber ich sage, wir müssen Business zu diskutieren. Wir müssen Business zu diskutieren. Ist das mir? Oh. Nein. Ich nicht. Das ist eine Treppe. Was? Ich kann nicht ausprobieren. Doch. Nein. Wer hat das getan? Nein. 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 Wraithen Pharma-Central Depot. Tutetisch mit, blablabla, blablabla. Nicht mehr mit. Die Zeitung nehmen? Kannst du die Zeitung nehmen? Ja. Der Registrier. Chief of Police caught warning fake mustache. Wearing. Wearing, ja. Wearing. Wearing. Oh, I'm so ashamed. Look away. Okay. Oh. 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 Kommen wir durch. Können wir über den rüberspringen? Wir können den rüberspringen, oder? Ja. Ja. Oh, oh, warte, er wird überfahren. Oh, I'm okay. Wie habe ich das gemacht? Weiß ich nicht, du bist da von rauf gesprungen. CTF. Lass ihn damit zur Seite runter. Kriegt man Fallschaden oder sowas? Anscheinend nicht. Kannst du mir das Angriffen klauen? Okay, klau ihm das Geld. Oh, du bist verrückt. Da vorne war ein Mülleimer, hast du da reingekommen? Wo, da? Da. Jazzpunk! Das spielt... Ist das ein NES-Cartridge? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist ein NES, ja. Also SNES ist nicht, es ist ein NES-Cartridge. SNES. Das ist ja cool. Ich glaube, sie möchte Geld von dir. Ich glaube auch. Ich werde dir einen Sensor für ein Dollar kalibrieren. Ich glaube... Ach so, man kann mit dem Mausrad zwischen seinem Moment wegziehen. Okay. Oh! Konkurrenz, du bist der... 1.032... ... 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